so wollen wir mal irgendwas noch versteckt also wirklich man sollte echt überall gucken gegebenenfalls sogar was weg sprengen da ich da man sollte überall gucken ich höre was das heißt hier ist ein feind tatsächlich der trifft mit seinem multi kram kaum ich sehe zwar nichts aber ich treffe aber so jetzt muss man gucken hier da geht es nach oben dann gehen wir mal dann nach oben gucken mal ganz kurz ob hier noch was da ist irgendwie an irgendwelchen kisten kram oder trugen besser gesagt ich geht es noch nach unten das sieht nach da aus und hier noch irgendwo also die lebensregenerations geschichte geht echt fix da oben das zwei habe ich aktuell am laufen durch meine kleidung und durch den ring ich kann ja interessant so guten tag ich möchte dich einmal aufwecken finde die bräuerin wie weit ist das dann weg da oben 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 Bis zum nächsten Mal.